Ja, es sind eher viele Kleinigkeiten, die einen berühren und inspirieren. Weniger als große geistige Erkenntnisse oder so. Viele Ideen und natürlich auch Nachdenkliches, was im Alter umzusetzen ist. Ich sage jetzt mal Ansatzpunkte, wo ich in meiner Entwicklung weiter dran arbeiten kann. Und eigentlich, dass es wichtig ist, immer wieder dran zu bleiben. Und die Verbindung mit dem Schweigen und den spirituellen Elementen und der Poesie und den Gedichten, ja, sehr ungewöhnlich. Ich könnte sagen, mein spiritueller Weg war ein Weg zunehmender Bewusstwerden. Oder bin ich ein Schmetterling? Der jetzt träumt, er sei ein Mensch. Ich bin zwar schon im Rentenalter, aber trotzdem, es macht mir sehr viel Freude, daran teilzunehmen und sozusagen mich geistig, psychisch weiterzubilden. Also ich habe bis jetzt immer relativ offenes Publikum gehabt, aber hier, also die Leute, die zu uns kamen, die waren sehr interessiert an der Sache und haben sich auch sehr, sehr gut selber eingebracht, waren ihre eigenen Fragen. Und von daher war es eine schöne Geschichte. Also ich habe einen sehr bereicherten Workshop mitgenommen. Da ging es letztlich um die Endlichkeit des Seins, um das Sterben und dass das Bewusstsein dann irgendwann nicht mehr da ist. Und im Laufe des Workshops habe ich das als sehr befreiend empfunden. Für mich sehr inspirierend. Ich habe was für den Geist, für die Seele. Ich habe auch was für meine Arbeit. Ich werde hier rundum versorgt. Manches muss man dann halt auswählen, weil es so viel parallel angeboten wird, aber von der Art dessen, was angeboten wird, finde ich sehr, sehr interessant. Innehalten, entschleunigen, stille sein, betrachten und genießen. Ich hatte die Erkenntnis, wie ich mich selbst heile. Das ist wunderbar. Ich bin mit intellektuellen Vorurteilen hergekommen oder Konzepten und die haben mich relativiert. Aber dafür hat sich meine emotionale Präsenz in meiner Selbstwahrnehmung sehr verändert, intensiviert. Die Akademie, finde ich, macht sehr gute Arbeit, indem sie diese Thematik durch diese Kongresse, Konferenzen, auch durch Weiterbildungen in die Öffentlichkeit bringt. Das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Ich meine, man braucht über die Akademie Heiligenfeld eigentlich nicht mehr zu sagen, als dass hier ein Kongressbewusstsein eingerichtet worden ist und da kommen 1200 Menschen hin. Wo, bitteschön, gibt es so etwas noch? Wie, bitteschön, gibt es so etwas? Untertitelung des ZDF, 2020